jawohl freunde willkommen zurück hier auf wulfenstein jetzt geht es weiter kleine pause durch gehabt ich habe gemerkt dass ich der sound beim beim wenn ich das maschinen an mache zum schießen nicht so erwünscht war wie gehofft ich hoffe doch das ist einigermaßen für euch noch erträglich war dass sich das anzuhören ich muss mich dafür auch entschuldigen ich weiß auch nicht was das wirklich war oder unten steht schon so ein roboter so und dann gucken wir uns hier mal um das sieht ja richtig interessant aus augen diesen zeppelin ja nice riesen kuppel hier herrlich so wir müssen erstmal gucken dass wir hier alles klar wir kommen also vom dach runter ich bin jetzt einfach mal hier okay da können wir so wenn man nicht weit gekommen also schaue ich mich mal jung ist der nächste balkon okay ja was zu lesen der schwarze was auch brief etwa joy was ja am peter helmut hoffmann staatskirche die özese berlin ja ja hallo kapitel 4 das menü ist irgendwie ein bisschen ganz sehr merkwürdig hier zu händeln muss ich sagen sondern drehe mich jetzt einfach mal 58 19 55 lieber pater helmut das mit der maus hier schon wunderbar wusstest du dass es in der mythologie der unreinwohner perus ureinwohner perus der quech juan ein sagengestalt gibt die pichtak oder der schlachter genannt wird es wird als ein weißer mörder beschrieben der einen poncho ja doch poncho und ein einem hut mit breiter krempe bekleidet und mit einer sichel in der hand er entzieht den körper der von ihm getöteten quenchu an das fett ok es mag seltsam klingen aber ich glaube dass die geschichte geschichte bänder über die beziehung zwischen denen mein deutsch heute schwör den ureinwohnern und den spanischen eroberern spricht die hier vor langer zeit landeten in letzter zeit habe ich immer öfter über den pichtaku nachgedacht während der ärger in meinem herzen immer stärker wurde vor einem monat lebte ich in der nähe einer quetschwan familie hier in akushua und versuchte sie über den katholischen glauben zu gewinnen ich freundete mich mit den jüngsten kind der familie an einem jungen namens hast du hast du ein vogel der ahnen an denn ok ahnen naja ok hast du mal mir viel über die kultur erzählt faszinierende geschichte auch wenn ich um die kurzen weine denn ohne zum wahren glaubt über zu wechseln werden sie vielleicht nie ins paradies gelangen vor zwei wochen erklommen ich zusammen mit hast du die anden um die opferstätte des abus zu besuchen der berg götter die aussicht von dort oben war atemberaubend auch wenn ich nach dem steilen abstieg nach luft ringen musste ich sollte zeuge eines rituals für die götter werden der opferung eines lamas gleichzeitig sollte ich mir noch sie zu machen und die seltsamen rituale und die dabei zum einsatz kommenden utensilien zu papier bringen dann kamen unsere soldaten ich erinnerte mich daran wie ein quentschum schamane ruhig an den befehls haben offizieren trat der hob sein gewehr an den kopf des schamanen und erschoss ihn mit einem einzigen schuss was machen sie da schrie ich ihn an woraufhin er entgegnete halten sie sich aus der sache heraus das ist eine genehmigte aktion sie gewannen danach jeden uhr weiter zu töten jeder der versuchte die sicherheit zu laufen oder zu kriechen mir gelang es hast du zur flucht zu verhelfen bevor mich einer der soldaten mit dem gewehrkolben bewusstlos schlug als ich aufwachte gab es in eine kleine question mehr was die haben da aber auch namen sie waren einfach weg ich suche nach hast du aber konnte ihn nicht finden entweder hatten sie ihn gefunden und erschossen oder er hatte es geschafft sich in den bergen zu verstecken er schmerzt mich sehr all diese abscheulichkeiten meiner leute zu sehen einmal mehr werde ich an den pyshtaku erinnert weiße männer die hierher kommen um diese menschen aus bösartigen eigennutz heraus abzuschlachten kannst du nicht mit jedem sprechen helmut jemand der diesen irrsinn einhalt gebieten kann diesen car diesen barbarischen irrsinn so kann es bei gott nicht weitergehen ich habe meine tasche gepackt und mir warme kleidung und robuste schuhe gekauft sogar eine schusswaffe habe ich mir organisiert zu meinem schutz heute abend werde ich in die berge ziehen und nach meinem freund haus suchen und ich hoffe den anbruch einer besseren zeit mitzuerleben wenn ich wieder zurückkehre wünscht mir glück dein dir ergebener freund pater erdmann krüger alles klar herr krüger es geht auch krüger so da haben wir noch mal netten stift ja dass die feder ist mächtiger als das schwert so hier war ja auch ich werde heute wieder gefordert serienmörder mörder duo in verdacht berlin 11 oktober 1960 die seit mehreren monaten in der stadt andauernde mordserie könnte laut ermittlungsnahen quellen das werk eines abweichlerischen mörder du sein bisher wurden fünf menschen getötet alle opfer wurden zerstückelt in abwasser kanälen gefunden augen zeugen berichten von zwei seltsamen höchstwahrscheinlich geistig eingeschränkten und körperlich entstellten männern die an den tatorten umher schleichen die sahen für mich nicht aus wie normale anständige berliner sagte einer der zeugen diese schrecklichen taten waren bestimmt ihr werk oder spiel das aber mit seinem messer um so gibt's denn hier ok hier ist also nichts weiter wir müssen wir da raus dass die uns hier oben auf dem dach noch nicht gesehen haben so hier oben ist jetzt nichts hier können wir aber rein nichts weiter ok da ist der metallkiste der gemahe hoch da ist das auch da komme ich da ist der leiter da kann ich hoch nein ok alles klar ich kriege eine grenze und alle was ruhen ok da ist jetzt nichts was haben wir hier erforschung des universums der weltraum ist großartig gefahr was ist das denn hier achtung umspannung lebensgefahr mal guckt euch mal das ding an genau also vom 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 lack her vom nicht schlecht gemacht mit der grafik wulfenstein die steine sind etwas naja aber ansonsten das mit dem holz das sieht schon geil aus und wo riesen reisen aktivität abenteuer werden sie mond soldat ok was erwartet mich denn hier hammer heftig ok hier bin ich ganz alleine was ist das schuldiges spielzeug ohne batterie wird los ok batterie ok finde eine batterie das ist ein dester ach so das sieht aus wie draht alter geil das spiel was haben wir hier batterie ah geil ok können wir gleich nutzen so was ich will mich aber erst hier umgucken ich bin gespannt was es damit auf sich hat mit dem ding alter freue mich wieder in dem spiel zu sein neue waffe laserschneider what aufgeladen werden aufladen moment mal wir hatten doch hinten diese co dieses warte mal was haben wir hier ja laserschneider prototyp pro pro oh wir haben prototyp ja lecker mio warte mal hier oben war doch das sah doch aus wie als wäre das benutze den laserschneider um zäune zu schneiden halte zum schießen maus 1 gerückt alles klar eh ok alles klar das sind wir schon mal ja das ging aber schnell so warte ich will das immer gucken was in dieser scheiß kiste hier drin ist wenn das funktioniert so warte mal ok das funktioniert irgendwie nicht die kiste komme ich nicht rein komm ich da rein oh nice hier war jetzt aber nichts wirklich was drin was ich hätte nutzen können ne das spare ich mir da ist na zurück und da hoch das laden wir nochmal auf alter sind wir heute schnell unterwegs ne eh so vielleicht kommen wir ja hier weiter so gehst du mal da rein zäune 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 ok funktioniert das dann versuche ich es jetzt mal hier warte mal ich habe doch ich vogele ich habe doch hier schon aufgeschnitten ah jetzt bin ich hier oben drin ne guck an kann man ja überall äh so da war wieder Metallkiste da war wieder nicht viel wofür ist jetzt mal ich muss mich gerade am Auge äh juckt mich gerade ok hör mal auf da so ok da ist jetzt nix aber rein gucken kostet ja nix da brauchen wir da ist auch nur Käse viel war das jetzt hier nicht also ich bin jetzt hier rein aber irgendwie ok oh warte mal goldner rabe heute haben wir beinahe übersehen mein lieber scholli schwede ey so jetzt denk mal alter bist du mal fertig da oben ey oh wir müssen sogar wir müssen hier raus oder wat oh moment jetzt ich lad aber erstmal äh Heinz Willi wieder auf hier hier ich hab kein bock da jedes mal so Prototyp geil so benutzen wir mal das Fenster ja und äh jetzt so so wir haben's geschafft oh da steht einer hier 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 heißt Hey! Die Flache, die Flaschein! Da ist jemand!